Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Eine Schlacht wurde geschlagen. Das Imperium wurde zerstört. Doch jetzt geht die Saga weiter. Habt ihr jemand anderes erwartet? Wenn sie dieses Jahr nur einmal ins Kino gehen, gehen sie ins Star Wars. Aber wenn sie zweimal ins Kino gehen, gehen sie in Austin Powers. Ganz recht, meine Drecksmuschi. Wir sind wieder da. Oh, benimm den. Spion in geheimer Missionarstellung. Kann mir mal bitte jemand mit dem Stuhl helfen? Ich wollte nichts weiter als einen verdammten Drehstuhl. Lasst mich doch nicht so hängen, Leute. ขอ gone. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tss